Wenn der Herr uns aus der Finsternis rausgeholt hat und durch die tiefen Täler uns begleitet hat, so wie es in Psalm 23 steht, und auf die Höhe geht und dann wieder ins Tal, aber er begleitet uns. Da brauchen wir die Geduld, so wie der Bruder es gesagt hat, damit wir weiterhin beharrlich den Weg gehen können, den der Herr uns vorausgeht und für uns sagt, geh diesen Weg zu mir in den Himmel. Dass der Pfad, dieser Weg, dieser schmale Pfad, enger wird, mit mehr Prüfungen behaftet ist, steht hier drin. Wir müssen noch mehr wachsen, vom groben Stein zum funkelnden Diamanten. Und das sind die Prüfungen. Wenn wir diese Prüfungen durchstehen, mit dem Herrn zusammen, in Geduld, in Liebe, mit Jesus Christus, dann haben wir es geschafft. Und das sind diese Prüfungen, was wir hier auf der Erde alle haben. Egal, jeder einzelne individuell, anders als, es ist nicht so eine Gesamtprüfung, sondern jeder hat einzelne Prüfungen. Und diese Prüfung weist nur der Herr. Und die Geduld, die wir brauchen, nicht nur hier mit den Geschwistern, sondern auch in der Welt, die Geduld mit dem Chef, mit dem Vorgesetzten oder mit dem Nachbar, er sieht es doch. Der, wo in der Welt ist, sieht, wie wir die Geduld haben, die Beharrlichkeit beherrschen und dann noch die Liebe haben. Dass wir die Liebe haben zueinander, zum Herrn, das ist die Grundvoraussetzung, aber zu Nachbarn, zu dem, der da draußen steht, der dich mit Pfeilen bespickt, der abschießt gegen dich, das und das und das und das, da auch die Liebe zeigen und die Geduld. Das ist schwierig. Das ist für mich jetzt ein Schleifstein. Ich würde gern Hebräer 13, Hebräer 13, ab 1, und zwar bleibt fest in der Liebe, fest in der brüderlichen Liebe, in der brüderlichen Liebe, vernachlässigt, brauche ich die Brille, vernachlässigt, nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gastfreundschaft. Nicht für sich alleine daheim bleiben, einladen, Geschwister einladen oder auch oder auch Fremde einladen, das heißt Bekannte einladen, die nicht im Glauben sind, die was vom Glauben hören wollen. Die meisten wollen es nicht, ich weiß, aber die, es gibt auch welche, die sagen, ja komm, erzähl mal, wie war es bei dir. Die Errettung erzählen, wie du gesegnet worden bist als solches. Wie du deinen Glauben angefangen hast, wie ich den Glauben angefangen habe, mein Glauben jetzt. Und wir wissen nicht, ob wir Engel beherbergt haben schon, das wissen wir wirklich nicht. Also gedenkt an die Gefangenen als wert ihr Mitgefangenen und derer, die misshandelt werden als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Das ist wieder die Liebe. Haben wir die Liebe für unseren Nachbarn, der nicht glaubt, für den Chef, der nicht glaubt, für den Bekannten, der nicht glaubt, haben wir die Liebe. Oder sagen wir, nee, du bist sowieso nicht gläubig, du lebst woanders als wir. Ja, in erster Richtlinie stimmt das, aber wir müssen trotzdem auch das beharren, die Geduld haben und die Liebe diesen Menschen, der in der Finsternis lebt, dass wir den zumindest vom Evangelium erzählen. Und die Liebe haben vor allem. die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Mose damals hat einen Scheidebrief ausgegeben, wegen der Hartherzigkeit des Herzens, aber im Neuen Testament und daran glauben wir, ist die Ehe, der Bund der Ehe mit dem Herrn geschlossen worden und besteht bis zum Tod. Wenn einer der Ehepartner stirbt, ist der andere Witwer und der, wo Witwer ist, kann wieder heiraten, wenn es sein muss. Aber die Ehe ist für den Herrn heilig, in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Wenn wir doch an den Herrn glauben, wenn wir sagen, Herr, du hast uns errettet, du hast mich errettet, wenn wir doch das alles machen, was der Herr von uns möchte, was hier drinsteht in diesem heiligen Buch, wenn wir die Gebote einhalten, die Beharrlichkeit haben und die Geduld für die Beharrlichkeit, die Beharrlichkeit haben, den Weg Gottes weiterzugehen und die Liebe zum Herrn haben, brauchen wir diesen Ehrgeiz, dass wir den schnöden Mammon nacheifern. Nein, der Herr wird uns alle das geben, in Geldangelegenheiten in diesem Vers, das geben, was wir brauchen. Nicht mehr und nicht weniger, aber wir müssen den Glauben zum Herrn haben. Euer Lebensmantel sei frei von Geldlebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist und wir verhungern hier nicht. Jeder geht seiner Arbeit nach. Genügsam sein, das, was der Herr für jeden Einzelnen auserkoren hat, ausgesucht hat. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Wir haben doch den Schutz vom Herrn. Er hält seine Hand über uns, über die Gemeinde, über jeden Einzelnen. Wir haben den Schutz vom Herrn. Der Glaube, die Liebe, die Hoffnung. Wir haben den Schutz. Was wollen wir mehr? Wir müssen halt den Mut haben, weiterzugehen, aber nicht arrogant oder überheblich weiterzugehen, sondern demütig den Weg zum Herrn gehen. Wir wissen, dass wir den Schutz haben. Und da können wir auch nach vorne gehen. Und nicht auf einer Stelle oder vielleicht zurückgehen. Und der Bruder hat es auch gesagt vorher, Gemeindetourismus, Gemeindetourismus, das will der Herr auch nicht. Da, wo du dich getauft hast, wo du den Geist bekommen hast vom Herrn, bleib bei den Brüdern, bei den Schwestern, bleib bei den Geschwistern. Versuch nicht eine andere Gemeinde und dann nochmal eine andere Gemeinde und dann nochmal eine andere Gemeinde und dann kommst du nochmal her. Die das dann schaffen, alle Achtung, weil da ist der Stolz und die Ehre schon wieder sehr, sehr hoch als Hürde zu sehen. Und wenn die dann wieder zurückkommen in die Gemeinde, über ihren eigenen Stolz, über diese Hürde, alle Achtung, bleibt da, wo ihr getauft worden seid, in Wasser und in Geiste. Vers 6, so können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Das ist, was der Bruder vorher gesagt hat, wir haben doch den Herrn, wir wissen doch, er hat uns doch errettet, er hat uns getauft, er hat uns eine Gabe gegeben. Warum sind wir so zaghaft? Sollten wir nicht frohen, mutig sein und fröhlich sein zu dem Herrn, weil wir wissen, wir haben den Herrn. Und der Herr hat uns bisher beschützt und durch die tiefen Täler geführt. Vers 23, Psalm 23. Wir wissen es, das will der Herr nicht, dass wir verzagen. Der Herr möchte, dass wir weiterlaufen, zu ihm hin. Der Herr möchte, dass wir Mut haben, zu ihm hin. Der Herr möchte, dass wir frei sind, zu ihm hin, zum Geiste, frei im Geiste, zu ihm hin. Alles so, wie es hier drin steht. Da steht es, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch antun könnte. Gedenkt, Vers 7, gedenkt an euren Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandeln an und armt ihren Glauben nach. Wir ehren nur Jesus Christus als solches unser Gott, der für uns gestorben ist am Kreuz von Golgotha. Aber ich habe den Glauben vollendet gefunden über die Brüder. Das ehrt mich voller Respekt, was für Langmut, Barmherzigkeit, Sanftmut und Liebe sie hatten mit mir. wie ich damals den Glauben gefunden habe. Sie hatten die Geduld mit mir. Das Beharren mit mir und die Liebe zu mir. Das hatten sie damals. Das gebührt Respekt. Von meiner Seite gebührt das Respekt. Wenn ich zurückdenke, wie lange das gedauert hat, wie viele komplizierte Gedankengänge ich hatte damals um fünf Ecken. Der Glauben ist einfach. Hier steht es. Der Glaube ist einfach. Der Herr will, dass wir an ihn glauben. Er ist für uns gestorben. Und so wie es hier drin steht, diese Gebote einhalten. Und die sind auch einfach, die Gebote. Es ist nicht so, dass das schwierig ist alles. Es ist einfach. Aber liebe Seele, es wird noch einfacher, wenn du dein Herz aufmachst. Wenn das Herzchen auf ist, und es geht innerhalb von Millisekunden wieder zu, wenn das Herzchen auf ist und du an den Herrn preist, da wird es noch einfacher. Im Dialog, im Gebet, auf den Knien preisen, singen. Das machen wir. Und das will der Herr haben. Genau dieses möchte der Herr haben. Und noch mal zu den Brüdern damals. Sie hatten den Sanftmut, die Liebe, die Barmherzigkeit, die Beharrlichkeit mit mir. Das ging ja nicht von einem Tag auf den anderen oder eine Woche auf den anderen oder einen Monat auf den anderen. Nein, das ging über Jahre. Ich bin evangelisch aufgezogen und hatten dann Hauskreis etc. Aber was mich weitergebracht hat, das ist alles schön gut, das ist, du liest und verstehst es nicht. Aber was mich weitergebracht hat, ist die Wahrheit über die Brüder zu Gottes Wort. Das hat mich weitergebracht. Ich konnte mein Herz nicht aufmachen. Es war mehr zu als offen. Ich konnte es nur aufmachen. Ich bin geschichte affin. Mir gefällt die Geschichte, die History. Nur über die Geschichte konnte ich zum Herrn gelangen. Mit den Brüdern zusammen. Ja, es waren Brüder, keine Schwestern. Schwestern machen auch viel. mit den Brüdern zusammen. Konnte ich dann mein Herz aufmachen. Weil sie mir das erklärt haben. Und das ist ein Werk Gottes. Da gebührt es natürlich Respekt, so wie es hier steht. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist dasselbe Girsten heute und in Ewigkeit. Der hat sich nicht verändert. Das war damals so, das ist heute so und das wird in der Zukunft genauso sein, solange wir hier unten sind auf der Erde. Jesus verändert sich nicht, das Wort Gottes verändert sich nicht, aber die anderen verändern sich, es wird immer härter, die Pfeile kommen immer mehr, das ist nicht unser Problem. Warum ist es nicht unser Problem? Weil wir an Gott glauben, weil wir an also nicht zaghaft sein, weiter, weitergehen, zu ihm hin, geistig wachsen, weitergehen, weitergehen. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Essen ist gut, der Körper braucht das Essen, aber was besser ist, der geistliche Wandel, weiter zu laufen, zum Herrn hin zu laufen, weiter zum Herrn, das ist besser, so wie das haben und nicht anders. Wir haben einen Opferaltar von dem, diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Der Tempel, zwei Räume, Vorraum, Allerheiligstes, da ist noch ein Zelt gewesen, Allerheiligstes, da wurde geopfert, da durfte der Priester einmal, einmal im Jahr rein. Der hat dann so ein Gewandern gehabt, so mit Glöckchen und so, damit die wissen, um den Schnur glaubt, und damit die wissen, dass der nicht umfällt oder nicht umfällt, im Allerheiligsten. Ist es denn aber auch nicht hier so? Vorraum, da vorne? Allerheiligsten. Was machen wir hier? Wir beten, wir preisen, wir singen. Wir hören, den Geist Gottes über Prophezeiung. Was machen wir hier? Genau so muss es sein. Wir spielen hier nicht, wir handeln hier nicht, das ist auch kein Kindergarten als solches, sondern, und das müssen wir heilig halten, wir preisen den Herrn in diesem Raum. Da vorne ist der Vorraum. Und genau so war es damals. Allerheiligsten, Zelt, Stifthütte, da wurde geehrt. Und dieser Priester ist nur einmal im Jahr da reingekommen. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Golgotha war außerhalb der Stadttore von Jerusalem. Damals. Golgotha war ein kleiner Hügel, aber außerhalb. Jetzt ist es innerhalb, aber damals war es außerhalb. Er litt für uns außerhalb. Er ist gestorben am Kreuz und dann fiel der Vorhang vom Tempel. Vorhang, Allerheiligstes, Vorraum. Das heißt, wir brauchen keinen Priester, keinen Pfarrer oder keinen Bischof, einen Papst, der unsere Sünden abnimmt. Wenn ich sehe, was gewisse Kirchen zum Beichten, diese Kammern, da beichten sie den Pfarrer oder den Priester, wie auch immer, damit er die Sünden abnimmt von den Gläubigen, von den Seelen, aber dann geht er raus und spielt Karten dann draußen im Café der Priester. Habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Das brauchen wir nicht. Nein. Für uns ist nur Jesus Christus gestorben. Deshalb ist der Vorhang, Allerheiligstes, Vorhalle, Vorhof, gefallen. Wir brauchen sonst niemand. Und keine Sündopfer und Sühnopfer und Tiere, die dann draußen verbrannt werden, aber das Blut dann auf dem Altar für die Sünde ausgegossen wird. Jesus Christus hat sein eigenes Blut für uns ausgegossen am Kreuz von Golgotha und trotzdem haben wir solche Schwierigkeiten. Trotzdem, obwohl er für uns da ist, obwohl er uns rausgeholt hat, obwohl er uns immer beschützt hat, haben wir nicht den Glauben. Wir haben nicht den Glauben. Den Mut voranzugehen, den Herrn voran laufen zu lassen, haben wir den Glauben. Haben wir das? Das müssen wir haben. Wir müssen den Glauben haben. Wir müssen die Liebe haben. Und wenn wir die Liebe haben zum Herrn, haben wir auch die Liebe zu den Geschwistern. Haben wir auch die Liebe vielleicht zum Nachbar, der draußen ist, der nichts versteht. Haben wir die Liebe zum Chef und vorgesetzt. Das müssen wir. Wir müssen es. Und das ist ein Schleifstein. Das ist auch eine Prüfung. Das wird schwer. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seinen Schmach tragen. Jesus Christus am Kreuz von Golgotha. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir brauchen uns nicht suchen. Wir wissen, wo die zukünftige Jerusalem ist. Im Himmel. Im Himmel. bei den anderen Gläubigen, die gestorben sind. Beim Herrn, bei den 24 Ältesten, beim Cherubim, Seraphim, bei anderen Wesen. Wir wissen noch nicht alles, was für Wesen da oben ist. Die Engel, unabhängig, ob Flügel oder keine Flügel. Die Engel müssen nicht nur Flügel haben. Es gibt andere Engel auch. Ohne Flügel meine ich jetzt. Da oben, da ist unser zukünftiges Jerusalem. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir Halleluja sagen, das ist das kürzeste Gebet. Ich weiß, das wisst ihr alle, preis den Herrn. Preis den Herrn. Halleluja. Wohl zu tun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Genau das ist es. Wir wussten nicht, wissen nicht, ob wir Engel herbergen. Und wenn wir einladen, Fremde, die nicht im Glauben sind, erzählt vom Herrn, erzählt von Bibel, erzählt von deiner Errettung, liebe Seele. Denn das gefällt dem Herrn. Gehorcht euren Führern und fügt euch in, denn sie wachen über eure Sehnen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufsten. Denn das wäre nicht gut für euch. Meint ihr nicht, dass die Ältesten der Hirte, egal welche Gemeinde, für uns beten? Jeden Tag? Bruder so und so, Schwester so und so, Herr, übernimm sie. Meint ihr das nicht? Also ich bin vollständig überzeugt, dass sie das machen. Dass sie für die Gemeinde beten, damit die Gemeinde das geistige Wachstum hat, weiterzugehen. Da bin ich überzeugt. betet für uns, das sagt jetzt Paulus zu den Hebräern, betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Ehrbaren Lebenswandel. Nicht irgendwo in Kneiden, nicht irgendwo in Diskus, nicht irgendwo mit Drogen, nicht in der Finsternis, nicht irgendwo nach der Bibel Lebenswandel. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wieder geschenkt werde. Das sagt Paulus zu den Hebräern. Er wollte so schnell wieder zum Hebräer. Das war auch, was der Bruder letztes Mal gesagt hat. Nicht nur einmal hat er sie besucht, gewisse Gemeinden, sondern auch zweimal hat er sie besucht. Aber er wollte wieder zu den Geschwistern. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er weiß doch wie jeder, welcher Charakter hier wir jeder haben. Er weiß doch, welche Gaben er jedem gibt. Und jeder von uns kommt darauf an, was er aus seinen Gaben macht, ob er es verdoppelt, vervierfacht, versechzehnfacht oder gar nichts macht, nicht mal verdoppeln. Wenn du es gar nichts machst, aus deiner Gabe, die der Herr dir gibt, wenn du gar, ich meine jetzt nicht geistige Gaben, wenn du gar nichts machst, dann bist du rückwärts. Wenn der Herr dir gewisse Eigenschaften, gewisse Merkmale gibt, verdoppelt sie, vervierfacht sie, versechzehnfacht sie, hier steht es drin, mach was draus. Wenn der Herr sagt, so und so, Bruder, Schwester, so und so, mach was draus. Weil der Herr möchte und er möchte es trotzdem, dass wir geistig wachsen, weiter wachsen. Ja, es ist so ein bisschen Erfolgstruck. Aber du musst wachsen. Warum? Du musst wachsen, damit du aus diesem Stein Diamanten wirst. Du musst wachsen aus den verschiedenen Prüfungen, die dir der Herr gibt, diese Prüfungen. Da musst du wachsen, liebe Seele. Und nicht jammern und verzagen und nach hinten gehen. Nein! Bruder sagt es ja auch immer, nach vorne, froh und mutig. Was kann uns denn geschehen? Wir haben doch den Herrn. Er hat uns doch rausgeholt. Wir haben doch Gott. Jesus Christus ist doch mit uns. Der Heilige Geist, der Erbauer, der Ermahner, er ist doch mit uns. Warum verzagen wir? Warum haben wir Angst? Nein, das will der Herr nicht. Er will, dass wir vorangehen. Nein, es ist kein Druck, er will einfach, dass wir vorangehen, dass wir wachsen, in verschiedenen Prüfungen wachsen. Das will er haben von uns. Die Liebe, das ist klar, das ist der Grundsatz. Dass wir die Liebe haben zum Herrn, dass wir in verschiedenen Prüfungen harren auf den Herrn, das ist auch gut. Er rüstet euch völlig aus, zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Da steht es, indem er in euch das wirkt, in uns das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Diese Eigenschaften, die er uns gegeben hat, jeden einzelnen Merkmale, Charakter, das ist wohlgefällig vom Herrn, aber geistig, nicht weltlich, geistig, wohlgefällig. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben, ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist, der war im Gefängnis. Die Brüder, die Geschwister, egal wo die sind, in Afrika oder in China, was meint ihr, was in China los ist? Da darf man den Glauben gar nicht leben. Die nehmen das Risiko ein, dass sie im Hauskreis in irgendeiner Wohnung den Herrn preisen. Dieses Risiko, obwohl die Nachbarn anderen glauben sind, dieses Risiko gehen die ein, für den Herrn. Oder in Afrika, die rennen Kilometer, Kilometer und nochmal Kilometer, damit sie in irgendeiner Baracke den Herrn preisen. Wir, wir schaffen nicht mal zehn Kilometer hierher, ich, zehn Kilometer hierher und den Herrn zu preisen, die Gemeinschaft zu haben. Und die anderen 50 Kilometer. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Also wir müssen einfach nur schauen, wo wir herkommen, wir müssen nur schauen, was wir jetzt machen mit dem Herrn und wir schauen mal, was wir in der Zukunft vorhaben. Was der Herr mit uns in der Zukunft vorhat, das müssen wir mal schauen. Wir wissen es, was der Herr von uns will. Das haben wir gerade gelesen. Dieses geistige Wachstum durch alle Prüfungen mit Beharrlichkeit. Wenn du beharrlich bist, hast du die Liebe auch. Automatisch. Wenn du die Liebe hast, aber dieses Wachstum, dieses Geistliche, dieses Wachsen, musst du machen, liebe Seele. Das ist die Prüfung. Und wenn du das machst, das ist und das, was hier drinsteht in der Bibel, das ist wohlgefällig. Ich rede nicht für euch jetzt. Ich weiß, dass wir alle das machen. Aber wir müssen weitermachen. Wenn ich dran denke, noch kurz, wenn ich dran denke, ein Nachbar von mir, der ist gläubig, glaubt an Jesus Christus, gläubig, hat verschiedene Hauskreise durch verschiedene Kirchen, evangelische Kirchen, nicht nur Gemrigham, auch da, 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 Hauskreise in Zeitdauer von 22 Jahren. Jetzt steht er da und weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Außer, dass er an Jesus Christus glaubt, ja, liebe Seele. Nein, wir sollen da sein, da, wo der Herr uns hingeführt hat, in diese Gemeinde. Wir sollen da sein, was der Herr mit uns gemacht hat, in dieser Gemeinde und was er mit uns vorhat, in dieser Gemeinde, in der Gemeinschaft, aber auch alleine, individuell, weil, liebe Seele, du bist alleine errettet worden und trotzdem kämpfst du in der Gemeinschaft, geistlich und trotzdem auch alleine. Das ist einfach so. Nur in der Gemeinschaft kämpft man besser und schneller und kommst effektiver zum Ziel, wie der Herr das will. Nur eins darf man nicht sein, dass das Herz zu ist. Das darf nicht sein. Amen. Amen. Amen.